Emma-Louise, jeder kennt sie, macht wunderschöne Bilder auf Instagram, ich like immer, auch tolle Videos. Und die hat sich lange nicht bei mir gemeldet, hält mir auf, kann vielleicht daran liegen, dass sie einen anderen Mann an ihrer Seite hat. Auf TikTok präsentiert sie ihn, aber eben, ja, so, äh, hast du Lungencreme rummachen, Glückwunsch. Gönnen wir ihr und sie ist nicht die Einzige, auch Diana zu lösen, teilt so langsam, dass da jemand an ihrer Seite ist, auch wenn man da nicht ganz so viel erkennt, aber... Wenn es wirklich Philipp Amthor ist, dann geht meine Welt unter. Bye, das ist ja, nisch.